Norddeutscher Rundfunk 2021 Herzlich willkommen wieder in Lachs. Wir sehen uns weiter. Danke, ja. Ihr habt wieder Niederländische Meisterschaft. Hast du Spaß gehabt? Ja, jeden Tag am Berg Spass und in Lachs. In der Nacht haben wir auch viel Spass gehabt. Und die fliegenden Holländer, man sieht sie live, sind schon wirklich gut. Das sind wirklich gut. Hast du das gesehen? Nächstes Jahr, wir sehen uns wieder. Sicher, im April. Nein, kein mehr, glaube ich, im April, weil die Sonne ist am besten. Aber dann vielleicht ein bisschen mehr Schnee dazu. Kein Problem, wir werden schauen. Ja, sehr gut. Herzlichen Dank nach Holland. Viel Spass und es war uns eine Ehre. Und sie auch vielen Dank. Und Lachs, danke schön für die wunderbare Zeit hier. Viel Spass, adieu miteinander. Tschüss, grüß dich miteinander. Tja, die Musik. Ja, tja. Es weiß nicht, äh. Tja. Dja, tja.